Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum kurzen Marktupdate für Freitag. Der S&P 500 hat gestern nach oben gedreht und auch eine Aufholjagd gestartet. Das und mehr wollen wir uns gleich mal genauer anschauen, denn Risiko und Weiß gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, das sollten Sie sich bewusst sein. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Wir legen direkt los, wir gehen rüber zum Börsenbarometer S&P 500 und wir sehen, dass der Wochenverlust fast vollständig ausgeglichen wurde. Der Markt hat auf das wichtige Zwischenhoch bei 4.073 Punkten reagiert und läuft jetzt allerdings in wichtige Widerstandsbereiche rein. Sowohl kurz- als auch mittelfristig. Hier gab es viele Bührungspunkte bei 4.179 Punkten, zwei Fehlausbrüche bei 4.171 Punkten. Dann haben wir das Hoch der Vorwoche und auch noch das Jahreshoch. Also jetzt wird es natürlich deutlich schwieriger, die Rallye fortzusetzen. Mögliche Trading Setups dazu gibt es in meinem Video von heute Morgen. Schaut da gerne rein. Den Link gibt es unten in der Beschreibung. Und jetzt gehen wir nochmal zu ein paar anderen Märkten. Der deutsche Light Index hat sich ebenfalls erholt und hat bereits zuvor durchbrochene Unterstützungsmarken wieder zurückgewonnen. Wir sehen jetzt eigentlich nur noch das Jahreshoch bzw. das Hoch dieser Woche. Daher könnte also ein neues Jahreshoch deutlich leichter zu erreichen sein als zum Beispiel beim S&P 500. Der Euro hat in dieser Woche einige Schwierigkeiten nachhaltig über die 1.1033 zu kommen. Wichtiger Hochpunkt gewesen, Fehlausbruch vor zwei Wochen. Also mal schauen, ob wir am letzten Handelstag der Woche dann doch nochmal einen Anstieg sehen, um dann eben auch auf Wochenschlusskursbasis den langfristigen Aufwärtstrend zu bestätigen. Gold wird erneut zurückgeworfen und hier gab es eben keinen Befreiungsschlag. Auch hier wichtige Widerstände im großen Bild, 1998 als auch bei 2.010 Dollar ungefähr. Solange sich der Markt darüber nicht etablieren kann, besteht eben die Gefahr, dass der Markt weiter seitwärts läuft oder eben in die Tiefs der letzten Wochen reinläuft im Bereich von 1.934 bis 1.949. Ansonsten könnten wir eben die 2.048 wieder angreifen. Die Ölsorte WTI erholt sich leicht nach dem Gap Close bei 1.751. Und hier gibt es noch ein wichtiges Zwischenhoch bei 1.7166. Das wäre das nächste Kursziel auf der Oberseite im Falle dessen, dass sich der Markt nicht oberhalb der 1.751 etablieren kann. Letzter Abwärtsimpuls, Richtungswechsel. Wir sind also gerade mitten in einer Korrekturbewegung. Der Bitcoin steht kurz vor einem Test der 30.000 Dollar Marke und hier konnte sich der Coin über wichtigen Widerstandsbereichen etablieren und sich dort auch halten. Und das deutet also darauf hin, dass wir vielleicht jetzt Richtung Ende der Woche nochmals eine Annäherung sehen an das Jahreshoch bei 31.000 Dollar. Wenn der Bereich geknackt wird, dann sehe ich den Bitcoin bei knapp 32.000 Dollar. So, lasst gerne einen Daumen da, wenn euch der Content gefallen hat. Ich wünsche allen viel Erfolg und auch schon mal ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.